Hey, heute gibt es wieder einen Livestream und zwar von 15.30 bis 17.00 Uhr. Anderthalb Stunden, heute nicht ganz so lang, aber besser als nix. Unter der Woche sind wir ein bisschen kritisch. Ich hoffe mal, ihr habt Bock, schaut mit rein, linkt dazu in der Videobeschreibung. Wir streamen auf Twitch und dann wisst ihr Bescheid, wann es losgeht, wo es losgeht und ich hoffe mal, ihr seid mit dabei. Und los geht die Folge. So, hallo an alle, zur nächsten Folge von Crafted Deck 5 und heute ist ein bisschen Zeit, glaube ich, vergangen, seit der letzten Folge. Ich habe einen Tag Pause gemacht, weil ich einen Tag vorher zwei aufgenommen hatte und in der Zwischenzeit haben wir eine Lieferung vors Haus bekommen. Der liebe Zinus hat uns mal gesagt, wir sollten einen Blick dort hineinwerfen, aber vorsichtig aufbauen. Ich habe schon gelesen, da stand was vorne dran. Pass auf, im letzten Stream hatte ich mit ihm geredet und da ging es um Dschungelbogen-Papageien. Ich habe die harte Vermutung, dass da ein Papagei drin ist. Folgende Geschichte. Früher konnte man Papageien mit Keksen zähmen, aber das wurde entfernt. Aktuell sind es Seeds und deswegen würde ich mal hingehen und gucken, ob da einer drin ist und ich hoffe auch mal, dass es noch ein ungezähmter ist. Er hat geschrieben, hallo, es war hier ein kleines Geschenk. Viel Spaß mit Achtung von Öffnen, vor dem Öffnen vorsichtig sein, von Öffnen. Liebe Grüße Zinus, ich habe gerade schon ein Papagei-Geräusch gehört und ich vermute mal, dass das klappt, aber ist er schon gezähmt oder ist er nicht gezähmt? Ich hoffe, er ist noch nicht gezähmt. Ha, ein kleiner, cooler Papagei. Kann ich ihn zähmen? Nein, ich kann ihn nicht zähmen. Ah, okay, er ist schon gezähmt, ja. Naja, er läuft halt auf Zinus. Das ist ein bisschen schade, weil ich kann ihn nicht bewegen. Er sitzt halt und ich kann ihn nicht hin und her schieben. Es wäre cool, einen auf mich programmiert zu haben. Ich werde vielleicht selbst nochmal gucken, ob ich im Dschungelbiom einen eigenen finde oder so. Aber, äh, ja, das ist etwas problematisch. Ich kann ihn tatsächlich nicht tähmen. Ja, ich muss ihn irgendwie in... Ich versuche ihn mal in mein Haus jetzt gleich reinzuschieben. Dann kann ich ihn da als Eingangswächter behalten. Aber, ah, ich zähle ihn irgendwie nicht als mein Papagei. Das ist schade. Er ist eigentlich Zinus. Jetzt, das ist, ja... Vielen Dank, Zinus. Trotzdem, ich werde ihn mir vorne an den Eingang stellen, aber mich auch mal bei Gelegenheit selbst auf die Suche machen nach einem solchen Federvieh. Ich meine, ja gut, einen ungezählten Papagei hat er jetzt doch kaum hierher gekriegt. Es sei denn vielleicht mit einer Leash. Kann man die vielleicht an die Leine nehmen? Das wäre vielleicht auch möglich. Ich kann ihn halt schlecht davon stehen lassen. Deswegen schieben wir ihn mal, äh, dort hinein. Außerdem kann ich ein kleines Update noch geben von meiner Hexenfamilie. Wir waren ja dran, diese zu bauen. Allerdings habe ich sie bereits im Stream... Oh, komm. Allerdings habe ich sie bereits im Stream... Okay, so geht es besser im Sneaken. Im Stream habe ich sie beendet. Oder schon fertig gebaut. Das heißt, sie funktioniert, ist fertig und bereit. Und ich kann mich da theoretisch nachts einmal Afga hinstellen. Und... Ich hänge ihn mal... Ich schiebe ihn mal ein bisschen weiter mit rein. Vielleicht... Ja, ich kann ihn nirgendwo hoch schieben. Obwohl, vielleicht Stufen... Ja, ich stelle ihn hier in die grünen Kartoffeln irgendwo. Vielleicht nicht unbedingt ins Wasserloch, aber... Und ich habe die schon ein bisschen getestet. Also super effektiv mit massenhaft Items wie in der Goldfarbe ist es halt nicht. Hexen spawnen eigentlich so häufig. Da kann man nichts machen. So, ich lasse ihn mal da stehen, der Hicke. Aber ich habe mich mal so ein bisschen hingestellt. Ich weiß nicht, wie es in der Goldfarbe war. Ein, zwei Stunden oder so. Und in der Zeit ist das alles zusammengekommen. 42 Gunpowder, 32 Redstone, 34 Glauston, 35 Zucker, 32 Spinnaugen und 34 Glassbrotel. Also ungefähr etwa gleich viel von allem. Weil so ist halt die Verteilung von den Geräten. Ich müsste mal meine Spitzhacke gleich reparieren. Und was ich auch noch am Vorbereiten war... Ich wollte mal, oder das war auch die Frage von euch, ein Tutorial machen von einer Goldfarbe. Also so wie Basti die jetzt beispielsweise gebaut hat. Ich habe die noch ein bisschen optimiert und abgeändert. Beziehungsweise ein eigenes Design gemacht, wo du die Zombie-Pigmen halt mit Schwertern eigens killst. Das werde ich demnächst auch noch bald hochladen. Da könnte es mir dann noch ein Tutorial geben. Und ich habe gerade so viel zu tun und machen gemacht und hier und da. Und ihr seht auch schon die nächste Neuerung, was wir ebenfalls gemacht haben. Es ist nicht so viel passiert. Schaut euch mal unten an, wir haben die Seen verbunden, so wie ihr es haben wolltet. Und hier können wir jetzt dann tatsächlich noch ein bisschen weiter mit ausbauen. Was ich noch vorhatte, vielleicht diesen Berg etwas zu minimieren und abzutragen. Kommt vielleicht im heutigen Stream mal gucken. Und dann hier unten besser connecten, Brücken bauen, die Ränder ein bisschen schöner gestalten. Dies und das. So ein volles Programm eben und da wäre ein bisschen was bauen. Hier die Ecke konnte ich nicht mit abbauen, muss wieder vollbauen, weil unten drunter Riols Keller ist. Und dem wäre sonst Wasser reingelaufen. Deswegen habe ich da den Berg etwas nach vorne verlängert. Vielleicht kann ich den ja auch so ein bisschen halb abtragen und einen Weg dann dahin bauen, dass man dann, ja, keine Ahnung, bis nach da vorne kann und so weiter und so fort. Aber, ja, was, was findet ihr besser? Das Bild aktuell von oben, wenn man sieht, dass wir einen riesen, schön oder einen großen See hier in der Stadtmitte haben. Also wer aktuell ist oder vorher halt das zerklüftete Gebiet mit Creeperlöchern und Bäumen und alles zugebuchern. Du hast keine Übersicht gehabt. Und jetzt kann ich sehen, da ist Eve, da ist Riol. Man kann hingucken, zu wenige, äh, nicht wenige, doch zu weiß kann man auch hingucken, wenigstens oben. Ähm, kann, man hat mehr Übersicht. Es sieht einfach ein bisschen großflächiger vielleicht aus. Okay, ähm, das war die andere Geschichte. Ihr könnt auch, ja, es ist, äh, viel passiert die Tage. Ach genau, um meine tägliche, ähm, Routine beizubehalten, sollte ich vielleicht nochmal einen Blick nach unten werfen in die Eisenfarben. Wie viel ist drin jetzt am heutigen Tage gesammelt worden? Trommelwirbel, ich hoffe, es sind keine andere raus, weil dann habe ich einen schönen Vergleich immer. Trommelwirbel. Ja, da ist aber schon mehr drin teilweise. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen seltsam. Ich habe die eigentlich nicht entleert, aber, hm, kann sein, dass da nicht so viel zusammengekommen ist, weil die Chunks nicht gelahmt waren, nicht so viele Leute anderen sind. Rotpilz ist gerade drauf, aber ich glaube, der ist auf einer Angelfarm oder so. So, die Seeds kann ich ebenfalls wieder zurück tun, dann, war es gerade richtig? Ich glaube, ja. Äh, oder? Bleibe ich gerade da oben und ein Grünzeug essen. Nee. Okay. Das passt, denke ich mal. Red Terracotta zähle ich mal zu Building Blocks. White Concrete zähle ich da rein. Und ich zähle mal die Schilder hier zurück. Okay. Dann, ähm, Werkzeuge aufladen für eine Wohltat und dann schauen wir uns nochmal die Hexenfarm an, im fertigen Zustand, wie sie eskaliert. Beziehungsweise, ich habe auch schon dazu ein Tutorial gemacht, aber ich würde es euch nochmal hier zeigen, wie ich es hier gemacht habe. Und dann würde ich sagen, ab zu Basti nach oben ins Portal und ich habe immer noch keine Verbindung gefunden, wie ich von meinem Hauptportal zum, zu, zu, ähm, durch den Nether nach oben kommen. Das ist ein bisschen schade. Ich würde übrigens vielleicht sogar Folgendes machen, bevor ich jetzt hochgehe. Ich würde immer mal einen Minecraft sicherheitshalber mitnehmen, eine Schiene und einen Minecraft mitnehmen, weil man nie weiß, ob nicht oben irgendjemand das abgebaut hat und man dann drin suffocated. Das wäre so ein böse, so eine böse Geschichte, wäre das. Ähm, habe ich denn die Minecrafts reingelegt? Habe ich hier mit reingetan? Nee, äh, bei Redstone müsste die mit drin sein, so. Und meinetwegen, komm, ich nehme das einfach mit, so als ich, zu Sicherheit immer, wenn ich jetzt zur Nether-Decke hochgehe. Ich habe schon die ganze Zeit immer so eine böse Ahnung gehabt. Naja, das ist halt die schnellste Methode, um die Spergzeuge wieder aufzuladen. Ich habe die halt verbraucht, als ich hier am Bauen war und Abbauen war und alles Mögliche. Gut, ich gehe mal hoch Richtung Basti. So, dann wären wir mal angekommen und ich schaue mal, ob ich hier ganz gut durchkomme. Ich hoffe es halt zumindest mal. Und dann einmal reinsetzen, sneaken, raus. Und auch hier raus, sehr schön. Und wir haben es auch geschafft. Um es dann pickmen, weil irgendwie hier auch noch welche spawnen können oder so. Das könnten wir eigentlich mal abbauen hier, oder hat das irgendeinen Sinn, ist die Frage. Und oh, da hat jemand noch was am Meer draus gebaut. Eine Art weiteren Fallschacht. Okay. Ich bin gespannt, wie das hier aussieht dann noch. Naja, ich gehe mal ein bisschen hoch und entlang. Wir schauen mal. Was haben wir denn hier? Auch ein bisschen Redstone-Technik dahinter. Ein automatisches Sortiersystem wahrscheinlich, dass man... Ja, eine Kiste das, die andere Kiste nur das. Der kann man ein bisschen durchsortieren. Hoppa, dies, das. Joa, kann man mal machen. Oh, jetzt ist so viel Zeug noch drin gestufft. Wo geht denn das hier alles hin? Dropper. Kann gerade nicht rauslaufen, ne? Oder? Eigentlich warte mal kurz. Eigentlich müsste der Hoppa doch... Ah, nee, ist gesperrt. Joa. Was hängt denn hier noch so alles in den Hoppern drin? Jede Menge Zeug, was irgendwoher anders noch kommt. Oh, hängt so viel... Übelst verstopft hier. Joa, äh, ich klär mal. So, die Kiste lehrt sich jetzt langsam. Das heißt, äh, wir kommen da ein bisschen voran. Ich glaube nur, es staut sich hier oben. Ganz ehrlich, diese Goldschwerter braucht man eigentlich gar nicht in einem Verbrennungsmechanismus durchbrennen. Man kriegt halt immer einen Nugget oder so raus, aber das dauert so lang und wenn die Kiste hier oben voll ist, dann wird auch hier sämtliche Hoppern noch zwischendrin voll sein. Und das ist, äh, ja, ein bisschen schlecht, weil dann stackt sich das bis komplett vorne hin. Alles ist voll und, äh, ja, das ist nicht so praktisch dann eigentlich. Egal. Ich habe die ganze irgendwie Gasgrasche gehört, als ob da oben irgendwer dann drin hängt oder so. Wir schauen mal, was hier ansonsten noch weiter damit passiert ist. Dann alles erstmal nach oben klettern und wir sehen uns gleich oben. Okay, oben angekommen. Sieht eigentlich alles so aus, wie immer. Das heißt, ab sofort. Boing. Kommt bei, liebe Zombie-Pigman. Ihr Armeen von Viechern und ab geht's nach unten. Sag ganz, was würden die hängen bleiben, aber ne, es funktioniert ganz gut. Er schlockt ein paar an, sammelt ein EP und dann sehen wir uns unten wieder. So, ich denke mal, dass das jetzt langsam reicht, bevor es hier anfängt zu laggen. Hier sind massig Pigman angekommen und dann gehe ich mal runter und ja, in der Hoffnung, dass ich jetzt Level 10.000 werde. Ich ziehe mal meine Rüstung aus, beziehungsweise die Schuhe lasse ich gerade an, bis ich nicht festen Boden unter mir habe. Dann gucke ich mal, dass ich am meisten halt einfach jetzt EP sammle und auf meine Spitzsacke kriege. Und ja, da unten liegen jetzt massig EP. Vielleicht schaffen wir Level 60 oder so. Das wäre ganz cool. Mit reparieren, mit reparieren und Level 60. Stand hier oben in Weichen, das könnte echt Hardcore werden hier und so. Okay, wartet. Gleich geht's richtig ab wieder. Jetzt kann ich die Schuhe ausziehen, weil ich bin einigermaßen safe, dass ich hier, glaube ich, nicht sterbe sofort. Und Achtung auf die Spitzsacke. Oh, oh, da ist ein Enderman, den darf ich nicht angucken. Ja, Spitzsacke fühlt sich instant auf. So, und jetzt auf Schaufel wechseln gleich. Schaufel gewechselt. Gut, das ist halt Priorität, die Schaufel hier. So, Schaufel ebenfalls gleich voll. Axt hat kein Mending, deswegen die nicht. Jetzt auf Bogen. Sehr gut. Und jetzt kann ich einfach nur an den Weichen Brustplatte kurz ausgewählt lassen, den Helm kurz ausgewählt lassen, so. Und jetzt einfach den Rest noch in mich rein tanken. 53. Na, ich glaube 60 wird knapp. Ich glaube 60 wird echt knapp. Das schaffen wir nicht. 54. 55. Also viele XP sind halt auch in die Schaufel und die Spitzsacke jetzt wieder reingegangen. 56. Ja, es wird weniger. 57 ist noch drin. 57 aber auch nicht mehr. Ne, ist okay. Ich wollte eigentlich sowieso nur meine Werkzeuge und alles mögliche reparieren. Und, ähm, ja. Dann hätten wir das ebenfalls schon abgehakt. Hier ist super viel Zeug. Das kann gar nicht mehr eingesammelt werden durch den Hopper unten drunter. Wahrscheinlich, weil der schon komplett belegt ist. Und ich glaube, ich werde mal ran müssen und, ähm, einige Sachen aussortieren müssen. Das wäre beispielsweise... Ganz im Ernst. Es wird keinen jucken hier die ganzen Goldschwerter und alles. Das tue ich mal raus, dass die spawnen hier und dann haben wieder Platz hier im System, weil das nicht genug Kohle und da doch... Muss man immer wieder nachlegen und so weiter und so fort. Und ich werfe die jetzt einfach mal raus. Ich denke mal, denen traut kein Nein daher. Und wenn doch, dann stelle ich mich nochmal 5 Minuten ran, damit es wieder neue sind. Neue in der Gegend hier gibt es. Okay. Dann, ja, hätten wir das fertig. Das läuft hier weiter durch. Hier wird schön sortiert. Und hier würde ich allerdings auch nochmal gerne die Schwerter rausschmeißen, weil dann geht der Rest schneller von der Hand. Und 14 Goldengel, äh, nicht Inkel, doch, Inkels waren es nochmal eben bekommen. So, und dann, ja. Hoppa, hallo. Ah, okay, das machst du ja schon. Wunderbar. Und dann, aha, jetzt habe ich Schwerter eingesammelt. Komm, wir kloppen uns mal mit dem Enderman. Ja, komm schon. Ich weiß, ich habe Feuer drauf, deswegen ist es nicht so gut. Okay. Damit ich die eine oder andere Endermanperle rauskriege, zwei habe ich bekommen. Das ist okay. So. Sonst muss man noch bekommen. Nix hier. Ein bisschen Zombiefleisch. Wie sind hier die Schwerter reingekommen? Wahrscheinlich, wenn es oben voll war, ne? So, Goldschwert kommt raus. Das wird ebenfalls die spawnen. Okay. Hätten wir das gecleared. Dann mache ich da Inkels draus. Dann mache ich da Blöcke draus. Dann stacke ich die Blöcke alle hier rein. Und da kommt den Rest lasse ich hier in der entsprechenden Kiste drin. Und jetzt geht es wieder zurück zu mir. Wir haben alles repariert. Und wir gehen nochmal ganz kurz zur Hexenfarm. Weil da werde ich dann jetzt auch nach der Folge mich wahrscheinlich AFK ein bisschen hinstellen. Und da wären wir auch schon angekommen. Wir sind bei der Hexenfarm und sie ist fertig. Und so sieht sie aus. Natürlich muss sie nochmal angeschmissen werden, weil wenn man die Chunks entlädt, dann kann es eben vorkommen, dass sie hier vorne stehen bleibt. Vielleicht sollte ich hier mal einen Schalter mit einbauen. Ich bin momentan immer noch dabei, hier die Sache mit dem Block abzubauen. So, und dann würde ich mal ganz eben gerne hier so schräg dran. Sehr gut. Habe ich dann mal zurückgesetzt. Und jetzt kann ich einschalten, indem ich hierbei dran setze. Hexenfarm wurde angeworfen. So. Ich hoffe mal, ihr könnt sehen, wie es aussieht. Falls ihr nicht das so toll gesehen habt, tut es oder gebt es euch mal. Wenn ich dran denke, werde ich es hier verlinken. Und da zeige ich nochmal, wie das funktioniert, das Ding zu bauen. Sollte eigentlich auch bei Tag funktionieren. Und ich werde mal ein bisschen Abstand nehmen, weil ihr wisst, so nah können keine Mopspawn. Deswegen gehe ich mal ein bisschen weg. Ich habe mir hier oben einen AFK-Punkt gemacht, wo ich mich nach oben stellen kann, sodass möglichst wenig Höhlen unten geladen sind. Wenn ich mich jetzt hier so hinstelle, nach vorne gucke, dann sollte es gelegentlich passieren, dass dort Hexen spawnen. Und ja, ich habe Optifine installiert. Ich habe auch einen Shader installiert. Kann ich hier ebenfalls mal. Oder generell bei Videos ist ein Shader. Ich habe welche generell im Ordner drin. So ist Version 11. Komm schon. Dann fertig. Und jetzt hier. Das Licht in meinen Augen. Es blendet. Die Sonne blendet. So, und jetzt kann man theoretisch auch hier dann sehen, wenn wir spawnen. Grundsätzlich müsste es auch bei Tag spawnen, da ich das Lichtlevel weitestgehend reduziert habe. Es hat nicht immer funktioniert. Das ist komplett null. Manchmal ist es auch eins. Aber an vielen Stellen drin ist es noch null. Und eigentlich sollte auch tagsüber hier was spawnen. Vielleicht sogar mehr als nachts, weil dann keine Umgebungsmops spawnen. Aber gefühlt war es so, dass nachts mehr Viecher spawnen als tagsüber. Und naja. So. Vf-Effekt, gell? Es kann ein bisschen dauern, bis man spawnt. Aber letzten Endes habe ich gute Erfahrungen damit gemacht. Wenn man sich Afgai hinstellt, kann man einiges zusammenbekommen. Und hey, ist das nicht gut für ein Thumbnail oder so? Freude von Craft Attack. Da kommen schon Hexes spawnen da vorne. Was ich auch noch gesehen habe, ist folgendes. Und zwar. Hier gibt es irgendwo noch ein Dorf. Da hinten kann man hochlaufen. Da gibt es ein... Da. Ich habe diesen Graspfad hier gesehen. Und dann hat es Klick gemacht. Moment mal. Warum ist da Graspfad? Und da oben weiter auch noch. Warum ist da wohl ein Graspfad? Da oben steht eine Hütte. Da ist ein Dorf direkt daneben hier. Ja. Aber weitestgehend nicht so arg krasses war da jetzt drin. Achso. Zum Thema Items sammeln. Dazu muss man dann nach unten in die Höhle. Und... Ja. Das ist schön zappenduster eigentlich hier drunter. Light Level technisch. Ja. Sieht überhaupt nichts hier, ne? So. Pass mal auf. Ich gehe mal runter. Warte. Ein Skelett ist drin. Ja. Das kann auch mal passieren. Wundert mich aber gerade, dass da ein Skelett auf mich jetzt schießen konnte. Weil eigentlich habe ich da alle Blöcke entfernt. So. Wenn ich jetzt hier runter gehe in die tiefsten Tiefen des Kellers. Theoretisch kann man auch hier afk stehen. Aber ist nicht so effektiv hier, wenn ich woanders abwege. Afk stehen wir da. Die Viecher fallen hier runter. Und die Hopper sammeln das ein. Und dann... Ah. In Redstone ist hier noch gelandet. Es sind wahrscheinlich zwei Hexen gegrillt worden noch. Seitdem ich das letzte Mal da war. Ich gehe wieder nach oben. Vielleicht auch als ich das letzte Mal zurückgegangen bin oder so. Das Skelett eben konnte ich gerade gar nicht sehen wegen dem Shader. Gucken, ob es immer noch da ist. Theoretisch sollte da eigentlich nie kein Skelett sein. Das müsste auch runter sortiert werden. Ah, da hinten sehe ich eins. Ja, das Licht blendet etwas arg. Pass mal auf. Äh, für eben gerade werde ich nochmal in... Ich denke mal, dass der Shader wäre in weiterem Obermüt. Und ich mache es nochmal kurz aus. So, komm. Ah, ich kann wieder sehen. Wie bist du bitte schön da hinten hingekommen, Skeletto? Äh, ich glaube, das trifft mich besser als ich das Vieh. Hab ich's? Ich müsste ja... Ich müsste gequiet haben. Ja gut, dann... Ich geh mal ein bisschen hoch. Äh, stell mich in Afka hin. Lass ein paar Viecher spawnen. Und dann schauen wir mal, wie viel wir zusammen haben. Ja, das stelle ich mal so eine Nacht hin, circa, oder so. Okay. Achso, ich wollte vielleicht oben noch den Punkt zeigen. Ähm. Ja, nichts ganz so Spannendes. Jo, wir haben hier wieder eine Falltür. Die kannst du... Ups, bin fast zur Seite gelaufen. Die kannst du, ähm, schließen. Und dann... Ah. So, dich hier Afka hinstellen. Bist einiger... Oder bist auf jeden Fall safe. Hier sind Half-Slaps. Das heißt, hier kann nichts noch Spannendes ausgeleuchtet worden. Kann auch nichts hochklettern. Und man ist hier sicher. Jemand hat gemeint, ich soll aufpassen, dass ich hier nicht verhungere. Aber wenn ich mich nicht bewege und einfach nur stillstehe, dann, äh, verhungere ich doch auch echt auch gar nicht, oder? Kannst hier mal bestätigen, nicht bestätigen. Ich werde es austesten. Äh, äh... Ja, vielleicht vorher eine Kiste machen. Ich kann vielleicht noch eine Kiste oben hinstellen, wo ich mein Equipment alles reinlege, bevor ich mich Afka hier hinstelle. Wird Sinn machen, oder? Ja, mache ich jetzt vielleicht noch eine Aufnahme. Ah, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das wäre es von der heutigen Folge gewesen. Ich hoffe, wir sind unterhaltsam. Wir haben ein bisschen gezeigt, was wir alles gemacht haben. Und super viele Fortschritte haben wir gesehen. Und, äh, ja, Hexenfam steht. Ähm, der, sie ist durchgekramt. Wir haben Papageien bekommen, weiß ich nicht alles. Bis demnächst, was krachen. Und tschüss. Und, äh, ja, ja, ja. Bis zum nächsten Mal.